So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Immer noch mitten im Umzugs-Stress-Mittwoch ist es soweit. Die restlichen Möbel kommen raus auf den Sperrmüll. Das Muttertier ist da, also gerade nicht, aber eigentlich ist sie da. Wir räumen gerade Raum für Raum irgendwie zusammen aus irgendwas. Da kommt was ins Lätschen, da kommt was nach Hessberg, da kommt was zu Pupsi, da kommt was auf den Sperrmüll, da kommt was auf den Schrott, da kommt was in Kompost, also das ist auf jeden Fall, ja, die Nerven liegen blank, die Syrier waren auch schon da, die Syraner, die Sygimi, genau, alle waren da. Wir wollen eine neue Folge Maxout Monday machen, mittendrin schnell hingerotzt und dafür habe ich wieder einen Titel Pokémon bestimmt und das ist diesmal Vier Sterne Vylord in Krypto. So, den habe ich nämlich ziemlich frisch bekommen, am 23.03. hat sogar Frustration. Wer das nicht wusste, es läuft immer noch bis Mittwoch 20 Uhr die Rocket-Übernahme, wo man mit einer normalen Lade-TM Frustration entfernen kann. Das möchte ich jetzt hier auch mal machen und zeigen. Wir nehmen eine Lade-TM, machen Frustration weg. So, und es hat Hyperstrahl, das braucht wahrscheinlich so auch kein Mensch. Ich bestimme meinen Titel Pokémon, wenn ich 100% von diesem Pokémon habe und genüge in XL, werde ich das auf Level 50 maxen und dann suche ich mir mal 5 Vorschläge aus der Community, die ihr unter die letzte Folge geschrieben habt und werde die maxen, insofern ich ein 100%iges habe und genüge in XL Bonbons. 296 reicht im Normalfall, um auf Level 50 zu pushen, da es aber ein Krypto ist, brauchen wir 360. Das heißt, ich muss erstmal umwandeln, beziehungsweise, darf ich hier umwandeln? Ne, hier darf ich nicht umwandeln, ich muss also hier hin, auf Bonbon XL. Und jetzt drücken wir hier so, bis wir 360 XL haben. 64 XL gibt es dazu, 6400 Bonbons haben wir eingetauscht, können jetzt nicht auf Erlösen drücken, können jetzt dieses Vylord pushen auf Level 50, 2577. Da kann ich jetzt auch die Tags noch dran machen für Level 50 und den Krypto-Tag, das ist jetzt fett. Das ist mein Titel-Pokémon für diese Sendung. Jetzt gucken wir gleich mal rüber auf euch, was ihr so habt. Dafür machen wir hier, vor allem habe ich extra schon einen Vylord mal gemaxed. Jetzt haben wir das Krypto-Vylord. Vylord, Krypto-Vylord, Vylord, Vylord, ja egal. Jetzt gucken wir auf eure Vorschläge, schauen, was da dabei ist und rotzen die Folge weiter hin. Auf Neueste zuerst, dann gehen wir natürlich wieder bis runter. Schauen mal hier, Jochen, Radfratz-Ibitak-Retan. Wieso kommt mir das so vor, als würde Jochen von Woche zu Woche irgendwas mit ihm passieren? Radfratz-Ibitak-Retan. Radfratz. So, ist gemaxed, ist gemaxed, ist gemaxed, ist gemaxed. Ich glaube sogar in der letzten Folge ist gemaxed. Und was schreibt Jochen drunter? Das Gemaxe zum Maxen. Warum? Jochen, mach doch mal die Augen auf. Im Straßenverkehr, die sind doch schon alle fertig. Ist sogar ein Unterschied. Bei denen nicht, aber bei denen 27 und 56 ist ein Unterschied. Ach du meine Fritteuse, jetzt habe ich auch noch. Damit ich mitkriege, wenn die Iraker und die Syraner, die waren nämlich zu zweit, wiederkommen, habe ich das Handy jetzt auf laut gestellt. Das müssen wir mal kurz ausmachen. Das ist jetzt nicht rassistisch. Die waren wirklich von daher. Der eine hat mir sogar seinen Ausweis dagelassen als Pfand, weil er meine Sackhaare sich ausgeliehen hat und haben mir reinweise die Möbel rausgetragen. Rettan, Rettan. Ich glaube, Rettan war auch im Fall, dass damals Jochen Arbok vorgeschlagen hat. Hier ist Rettan noch übrig. Wir pushen also einfach fix ein Rettan. Dann haben wir den ersten Zuschauervorschlag auch weg. 1, 8, 7 dazu. Das sieht interessant aus. Machen wir mal auf Level 50. 1048. Dann haben wir Handro. Sagt Ditto oder Fleckmon, bitte. Ditto, habe ich jetzt hier überhaupt Level 50 drangepackt? Ja, habe ich. Ihr seht, die Gedanken sind nicht bei der Sache Ditto. Ditto haben wir nicht auf Level 50, können wir aber jetzt auf Level 50 machen und bekommt 940 WP. Eigentlich hätte Ditto das Titel Pokémon sein müssen, weil es läuft ja trotzdem gerade ein Event mit Ditto. Das wäre also richtig genial gewesen. Haben wir leider verpasst. Machen wir hier auch Level 50 Tag dran. Ditto 100% Level 50 mit Best Buddy Badge auf 940. Wandler und Verzweifler. Handro also zweiter Punkt. Dann Komma. Der Chicken Nugget sagt Burmi. Jetzt wird es interessant. Burmi. Es gibt so viele. Wir haben hier das Mutterbel auf nicht 50. Das heißt, wir maxen einfach jetzt ein Mutterbel auf 50, damit wir halt die Endentwicklung haben. Und das kommt auf 2052. Damit muss immer noch Burmi und Burmadam gemaxed werden. Aber Mutterbel ist schon mal am Start. Kriegt hier auch den Level 50 Tag. Von dieser Familie ist also noch nichts gemaxed worden. Da ist noch Potenzial da. 2052. Mutterbel. Drei. Zwei stehen auch aus. Scheinux. Zum ersten Mal. Erster. Das haut rein. Also lauter Anzeige ist er Förder. Grüße gehen raus an Scheinux. Ich habe immer noch deine zwei Flaschen Polen Wodka in der Küche stehen. Hubschbross Habitat. Gengar Nebulak oder Visor. Zum ersten Mal. Das haut rein. Ich gehe jetzt extra auf Visor. Weil das ist ein Pokémon. Das schlägt einfach keiner vor. Visenior. Ist auf 50. Visor. Machen wir jetzt einfach auch auf 50. Das passt zum Scheinux. Das ist der Scheinux. Guck dir die an. Mit dem Schwanz. Zack. Das ist. Und mit dem Bauch. Ja gut. Mit Bauch. Das wäre dann. Level 50 ist auf jeden Fall da. Beim Scheinux. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das heißt eins fehlt noch. Jetzt haben wir Balou. Balou. Vonera. Togge. Wiegelfleck. Mon. Vonera. 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 Habe ich. Habe ich doch nicht auf. Vonera. Vonera. Ich habe ein Vier Sterne. Vonera. Was ist los. Hytera ist auf jeden Fall. Auf 50. Schanera ist nicht auf 50. Und Vonera ist auch nicht auf 50. Ich bringe das was. Wir werden nie wieder da hinkommen. 419. Das hat sogar eine Schleife. Das ist also eigentlich noch viel mehr wert. Machen wir jetzt das? Machen wir das? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssen wir der Familie Stück für Stück an die Gurgel gehen. Das heißt wir machen jetzt leider Schanera. Immer das Größte aus der Familie zuerst. Schanera jetzt. Also auch auf 50 mit 1418. Hier 3117. Hier 1418. Und ein 100% von Nera mit Schleife. Das ist cool. Jetzt habe ich aber keine XL mehr, um mit dem irgendwie was zu machen. Wie geht es zusammen auf Abenteuer, um die Entwicklung auszulösen? Das wusste ich gar nicht. Aber braucht man ja auch nicht. Grüße natürlich auch an den Rest. Miku, Selal, Miumi, Henk, Hank, Nucinlanger, Nurenlanger, Gierspenst vielleicht, wenn du es noch nicht gemacht hast. War das Titel Pokémon von der vorletzten Folge? Benjamin Engel, dann Dennis, dann der Hulle, Tobias Reuder, Alexander Ahringer, Pokehunter, Bisafen, Enzo, Blackweiber, Cat. Ich fühle euch gegrüßt, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, eure Vorschläge nicht mehr dran waren. Macht eure Vorschläge wieder unter dieses Video. Nächstes Montag mal gucken, wie das ist. Weil wie gesagt, es werden ja die Möbel geholt am Mittwoch. Das heißt, ich habe dann auch keinen Hintergrund mehr. Ich habe dann kein Regal mehr. Ich habe nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da sind keine Restler mehr. Obwohl, vielleicht stehen die ja nackig in der Gegend rum. Also, wenn ihr nicht dran wart, egal. Macht Vorschläge wieder unter dieses Video. Was wollen wir maxen? Das war jetzt hier mein Ziel. Dieses, äh, ja, Kryptowai-Lord zu maxen. Genau, bei Lugia möchte ich dann eine Maxout-Monday-Folge wieder machen, um ein 100% auf 50% zu ziehen. Und ein Apex-Lugia auf 50% zu ziehen. So wie wir es auch bei Ho-Oh gemacht haben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.